Hallo zusammen, Hi Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, wieder heraus damit anzunehmen bei Forstmeister Underhole in den Grizzlyhügel an dieser Position. Vor Quest war mmmm Bernstein Samen. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 mit einem Charakter, der schon viel zu hoch für dieses Questgebiet ist. Ich bin aber davon überzeugt, das Video hilft euch auch in Viotrk Classic. Man soll bei dieser Quest 5 Kraftwurzeldrunk sammeln. Ich bin hier auch schon im Questgebiet. Und ihr seht es schon aufleuchten. Kraftwurzel looten. 1 von 5. Also man muss diese Büsche einfach nur benutzen. Und schon zählen sie zur Quest. Wie gesagt, ich bin zu hoch für dieses Questgebiet. Das spart mir beim Quests aufnehmen sehr viel Zeit. Jetzt habe ich schon 4 von 5. Und da ist 5 von 5. Da unten wären auch noch welche gewesen. Also hier. Moment. Da wären auch so ein Busch. Hier wären auch so ein Busch. Und lauter Büsche. So. Mal schauen, wo man die Quest abgeben darf. Wenn ihr es schon wisst, wäre es trotzdem cool, wenn ihr das Video zu Ende laufen lasst. Das würde meinen Kanal sehr unterstützen. So. Quest ist abzugeben. Bei Forstmeister Underhole. In den Grizzlyhügel. An dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.